Ich grüße euch! Morgen wird unser Schwarm wie jedes Jahr zu seiner großen Reise aufbrechen. Wir fliegen 5000 Kilometer in den Süden bis nach Mexiko. Es ist eine uralte Tradition, der wir Monarchfeiter seit Generationen folgen. Wir sind vorbereitet und wir werden die große Reise erfolgreich meistern! Ja, auf geht's zur großen Reise! Und jetzt wird unser Wetterfreiter Cecil uns seine Vorhersage für die bevorstehende Reise mitteilen. Genau, und die ist extrem wichtig. Also hört gut zu. Feuchte Warmluft trifft auf eine Kaltfront. Durch Kondensation wird Wärmeenergie freigegeben und führt zur Verwirbelung der Luftmassen. Durch rotierende Winde entsteht eine Luftsäule mit gewaltiger Sohnwärmung. Es wird ziemlich windig. Ganz gefährlich, furchterregend, wirbelsturmtornadomäßig windig, um genau zu sein. Aber das ist längst noch nicht alles. Okay, das reicht jetzt, Cecil. Vielen Dank. Enorme Umweltverschmutzung, Industrieanlagen und noch... Wir werden es mit neuen Herausforderungen zu tun haben. Ich hab sie. Äh, gemeinsam werden wir das schaffen. Ich bin so aufgeregt. Die große Reise der Schmetterlinge steht an. Aber es gibt einen, der nicht ganz mitkommt. Ich schaff das! Oh, bitte, bitte stürzt dich wieder an! Wir sehen uns im Frühling! Das ist unfair! Warte mal! Wir als blinde Passagiere! Jetzt fliegt er per Anhalter, um zu zeigen, was er kann. Jetzt fliege ich wirklich mit! Irgendwas ist mit dem Anhänger! Er zieht mich nach unten! Äh, hallo! Marty? Ihr beide bringt den ganzen Schwarm in Gefahr! Ich zieh ihn trotzdem! Hä? Warum fliegst du denn so tief? Die Blüten! Was werden die anderen sagen, wenn sie merken, dass ich Höhenangst habe? Wir zwei können dir doch helfen! Okay, na dann los! Erlebe ein unglaubliches Abenteuer. Das wird ein Festschmuss! Hier wachsen keine Milchkrautpflanzen mehr! Ich hab eine Idee! Bin dabei! Ihr zwei seid komplett durchgeknallt! Wisst ihr das? Stelle dich deiner Angst! Haha! Bist du bereit? Das bin ich! Vertraue auf deine Freunde! Nein, jetzt! Gute Reise! Und lerne, an dich selbst zu glauben! Du bist einzigartig und wunderbar! Genau wie du bist! Mach es auf deine Art! Und los geht's! Das war unglaublich! Unglaublich! Wow! Ihr seid einfach die Besten! Butterfly Tale. Ein Abenteuer liegt in der Luft. Da habt ihr einen guten Fang gemacht! Demnächst im Kino.